Mit dem P-Noch und bitte begrüßen Sie Ihren Gastnehmer Tim, der Fonix! Ah, hörst du auf! Nein! Ah, nein! Es ist doch nicht wahr! Schön! Wow, danke Papa, echt toll! Es ist so schön! Ah, toll! Ah, jetzt klingt man die Warte nicht mehr ruhig! Schön! Toll, dass Sie heute hier sind, melden schon viele Menschen auf einem Blick. Seid ihr getraut? Ja, klar! Toll, das freut mich! Ja, mein Name ist Tim Kerpewitsch. Wer war noch niemanden Koppel? Und wie ist die Stimmung hier, Tim? Stapel? Toll, toll! Oh, toll! Oh, toll! Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Ich brauche, ich brauche. Oh, nee! Ich brauche, ich brauche. Es ist hier am 17. Juli. Das muss ich euch kurz erzählen. Dann könnt ihr auch gehen. Also ich weiß jetzt, es gibt ja die Funktion bei den Zelfis und so. Und ich weiß jetzt, warum ich auf dem Foto so beschissen ausführe, es ist mein Gesicht. Meine Damen und Herren, riesen Applaus noch mal zum Tech Sportsman, alle Katarina, Larsen und Scherzern von Arthel.